Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Super Smash Bros Brawl. Mein Ziel für heute, was wahrscheinlich zu übertrieben ist, ist heute den Rest zu schaffen. Ich will heute den Rest schaffen. Ich werde das wahrscheinlich nie hinkriegen, aber ich versuch's. Wer es versuchen kann, ich nicht. Äh, eigentlich fehlen uns links noch zwei Türen, allerdings fehlt uns rechts auch noch eine. Und die rechts würde ich ganz gerne als erstes holen, weil die dann am aufwendigsten ist. Hilfe! Ah, ich bin hier. Ah, ja. Ich erinnere mich. Gut. Fucking Hammer, Brüder. Ich hab' gesagt, fucking Hammer, Brüder. Stimmt, ich bin hier nach links gegangen, nicht nach rechts. Naja, solange ich jetzt gerade nicht selbst drücken müsste, war's okay. So, wen haben wir denn? Den guten ollen Foxy! Das heißt Foxy, er ist nur Fox, aber... Alter, alter, Fox. Alles, alles korrekt bei dir. Das ist natürlich an Fox mega schwer. Der ist total schnell. Das ist das Problem. Aber... Aber... Ah, Fox, was ist los? Das ist... Ah, 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 ah. Damit hat er nicht gerechnet. Aber... Kirby. Please. So. Das ist schön. Vielen Dank. So. Dann wollen wir einmal wieder zurück. Und dann gehen wir mal in die andere Richtung. Jetzt bitte nur nicht da reinfallen. Dankeschön. Denn uns fehlen laut Karten nur noch zwei Türen. Allerdings werden das mehr sein. sowohl oben als auch unten eine. Das ist eigentlich vollkommen egal, wo wir hingehen. Hier fehlt uns, ne? Ja, hier fehlt uns eine. Unten fehlt uns auch noch eine. Ist ja egal. Ja, gut. Äh, ganz oben links. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, was da draußen gerade einer macht. Aber irgendeiner macht da draußen gerade was. Ach, ne. Keine Steine. Alter. Könnt ihr mir jetzt nicht mehr auf die Nerven gehen? Nein. Kirby. Kirby, du schaffst das. Ich glaube an dich, Kirby. Na, Kirby. Kirby. Du schaffst das. Kirby, du schaffst das. Sag ich doch. Och, nö. Och, nö. Ja gut, Kirby. Da hab ich... Da hab selbst ich nicht mehr an dich geglaubt. Aber dafür glaube ich jetzt an den Käpt'n. Außer der Käpt'n enttäuscht mich. Käpt'n. 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 Was macht der denn? Alter, als ob der mich da trifft. Das ist ein 90 Grad Winkel. Käpt'n. Na also. Geht doch. Okay. Käpt'n. Gehst du jetzt bitte mal da hoch? Dankeschön. So, wo sind wir denn jetzt? Ah ja. Och, nö. Och, nö. Och, nö. Nö, nö. Nö, 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 nö. Käpt'n. Och. Auf, auf, Lucario. Natürlich fallen die runter. Es ist immer noch keine Gegnertür. Ach. Nö, nö. Nö. Oh, mein Gott. The fuck? Okay. Okay. Ich bin grad'n bisschen kon- Alter. Link. Nein, nein, nein. Ich bin wenigstens noch zu Boss. Dankeschön. Ist ja egal, wenn man jetzt verreckt. Ha, 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 ha. Das war's. Well fucking done. Ist aber egal. Ist mir so was von egal. Hauptsache, wir haben jetzt wieder alle unsere Kämpfer. Und ja. Und ja. Aber ich fang sogar direkt beim Boss an. Ich dachte, wir müssen da jetzt sogar nochmal hinlaufen. Aber. Ist ja optimaler. Kippt, lässt er sich einfach rumfallen. Ja, das ist das einzige Problem an Kirby. Kirby zieht nämlich nicht viel Leben. Okay. Scheiße. Egal. Ich muss sagen, für Kirby war das, war das so gute Ausbeutel. Von Käpt'n, da erwarte ich mir jetzt viel. So, Käpt'n. Von dir erwarte ich, von dir erwarte ich jetzt ne Menge. Naja. Das war jetzt noch nicht so berauschend, Käpt'n. Das war allerdings wiederum schon berauschend. Nein. Das war's von Käpt'n. Oh Mann, ey. Was macht Lucario? Ey. In der Story hatte ich noch nie so Probleme mit. Hatte ich auch gar nicht so Probleme mit dem, oder? Nice. Oh, endlich. Aufkleber. Her damit. So. Ach du Ver... Was? Das sind mir... Viel zu viele. Okay. Ich hoffe, ich gehe mal in das Richtige. Wo bin ich denn jetzt? Da, da wollte ich hin. Ja. Gut. Weil bevor ich dann in das andere gehe, mache ich erstmal den da unten. Und da sieht man auf jeden Fall schon, dass das, was ich mir vorgenommen habe, schon wieder viel zu viel ist. Ah, da war ein Aufkleber. Ah, da war ein Aufkleber. Ist jetzt auch egal. Einfach nur weiter. Scheiß auf die Flammen. Flammen sind... Flammen sind... Der behinderte Paracooker. Das ist mir alles vollkommen egal. Ich muss nur bis zum Boss kommen. Danach ist mir alles egal, weil mein Boss kann ich ja so verrecken, wie ich will. So, wen haben wir denn hier? Bowser! Und der tötet mich erstmal. Aber gut, ich hatte mit Link auch nicht mehr so viel Leben. So, mit Kirby wird das jetzt vielleicht ein bisschen einfacher, weil ich die ganze Zeit diese scheiß Kugelattacke, äh, diese scheiß Steinattacke mache und Bowser einfach so fett ist, dass der einfach immer davon getroffen wird. Das ist dezent geil. Bowser ist einfach so fett, Ich sag' ja, Bowser ist so fett. Das ist dezent geil. Gut, Bowser ist auch raus. Das muss ich wahrscheinlich nicht ganz viel wieder zurücklaufen, ne? Haha. Ja, yay. Naja, immerhin kann ich ja jetzt die Knöpfchen drücken. Ich wollte doch nur das Knöpfchen drücken, ist jetzt auch egal. Ist jetzt auch egal. Okay. Ah. Oh, Mann, ey. Aber egal. Wir, wir haben's soweit geschafft. So. Safe muss ich jetzt nicht unbedingt. Dann gehen wir kurz mal wieder nach links und dann haben wir wieder eine Menge Türen vor uns. Eine Menge, Menge Türen. Sehr viele Türen. So, wo haben wir denn noch eine? Wir haben hier unten eine. Da geht's sogar in den nächsten Raum. Yay. Oh, da gibt's auch wieder zwei Seiten. Yay. Ja, natürlich. Weil's ja auch so geht. Alter, verpisst euch. Ich hasse Minsels. Ah! Ja, genau deswegen. So. Erste Boss-Tür. Wen haben wir hier? Ah, der Pokémon-Trainer! Ein Glurak! Oh, fuck. Nehm ruhig die Hasenohren. Ist mir... Nice. Fuck ich. Nein. Nein. Was macht der da? Nice, Captain. Das war nice. Ah. Ne, ich bin jetzt woanders. Ich dachte, ich bin gerade immer noch im selben Raum. Aber nein, bin ich nicht mehr. Geht's in den nächsten. Es gibt auch so viele Räume. Und ich wollte das heute durchmachen. Ah, ich bin wieder hier. Oh, das trifft sich sogar ganz gut. Dann ist das ja gar nicht mal so scheiße. Dann habe ich sogar mehr Türen abgehakt, als ich dachte. Ah, vielleicht habe ich das ja doch heute. Hätte ja klappen können. Er hätte auch klappen können. Wenn der Captain nicht so dumm wäre. Das war's dann noch mit dem Captain. Ah, dankeschön. Da wollte ich hin. So, wen haben wir hier? Uns fehlt, glaube ich, auch noch Rayquaza. Oder Rayquaza. Ese, Mann. Es fehlt aber auch anscheinend noch die Zelda. Alter, was geht bei dir ab? So gut ist sie doch gar nicht. Ich vermöbel dich jetzt mit dem Baseballschläger, Frau. Alter. 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 Gegen Lucario. So. Baseballschläger in die Fresse. Oh. Oh. Der legendäre Bumper. Der legendäre Bumper. Zelda, komm her. Nimm den legendären Bumper. Oh, der legendäre Bumper. Oh Gott, wie ich diesen Bumper liebe. Wo bin ich denn jetzt? Oh, der legendäre Bumper, ey. Ich liebe ihn. Oh. Das ist mir jetzt eigentlich vollkommen egal. So, wen haben wir denn hier? Rayquaza? Ja, cool. Die Peach fehlt uns auch noch. Die ganzen Frauen kommen also erst zum Schluss. Okay. Ah, ich bin aus Metall. Komm her, Peach. Ich bin aus Metall. Du kannst mir gar nichts. Hau ab. Okay, ich bin nicht mehr aus Metall. Aber. Gott, Peach. Du kannst wirklich nichts. Warum bin ich gestunnt? Alter. Link, verkack ich jetzt nicht mehr. Dankeschön, Link. Sehr gut. Oh, 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 oh. Nein, Link. Oh. Verdammt knapp, ey, Junge. Einfach über den drüber. Den interessiert kein Mensch. Jetzt würde ich hier allerdings ungerne verrecken. Wenn ich den Weg echt ungerne nochmal gehen würde. Ah, hier kann ich nicht mehr verrecken. Hier kann ich nicht mehr verrecken. Da ist er. Ah, gut. Gut, gut, gut. Wo bist du denn jetzt? Jetzt mal wieder hier. Ich würde sagen, wir machen heute einfach ein bisschen länger. Ich würde sagen, wir machen heute einfach ein bisschen länger. Und dafür packen wir alle. Nein. 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 Das war die letzte Falle vor der Tür. Und der Link verreckt noch. Ich glaube das nicht. Mensch, Link. Alter, die ziehen wir aber auch ab. Das ist abnormal, ist das. Ab normal. So, der Körbi, der Körbi, der rennt jetzt einfach wie ein geistesgestörter durch. Sage ich ja. So, wie viele fühlen uns denn noch? Zwei, glaube ich. Zwei oder drei. Zwei. Wie gesagt, wir waren heute einfach ein bisschen länger. Was heißt ein bisschen länger? Wir haben ja nur nicht mal die Zeit, wie wir eigentlich sonst mal benutzen. Kann ich noch eins hoch? Ja, ich würde schon sagen. Nein, nein. Alter, geh in die Boss-Tür. Körbi! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mensch, jetzt ist Schluss. So. So, wen haben wir denn jetzt? Ralkwaser? Wario? Der kleine, dicke. Und das war's auch schon wieder mit dem Gast. So! Der Wario hat einfach keinen Bock mehr. Ja, Mensch. Ja, gut. Ach, du Scheiße. Ja, gut. Ich hab jetzt gesagt, wir machen länger. Dann machen wir auch länger. Hätte nicht gedacht, dass das doch so weit geht, ey. Ach, nö. Ach, nö. Ihr könnt euch mal verpissen. Die Minsels auch. Da geht's in den neuen Raum. Ach, du Scheiße. So viel kann doch nicht mehr kommen. Alter. Alter. Oh, das war gar nicht so schlecht. Oh, das war sogar sehr gut. Dankeschön, Jungs. Ah! Ich muss aufpassen. Ich will, ich will jetzt... Ich würde jetzt... Ungerne... Ungerne mit Kirby verrecken. Auch wenn er... 300... Trilliarden... Prozent hat, ja? Ja. Zumindest bis zum Boss komme ich mit Kirby. Dankeschön. Sehr gut. Ach, da ist er ja. Endlich. Ich hab schon gefragt, wann du kommst, mein Freund. Ja, gut. Dass ich jetzt mit Kirby sterbe, war klar. Aber jetzt kommt der Captain. Von drei Quatzen hat er nicht so viel. So, das war's. Aufkleber. Sehr gut. Jetzt hätte ich... Jetzt... Also jetzt hab ich wirklich keine Ahnung mehr, was noch kommt. Äh... 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 Zeigen die mir jetzt zufällig noch an, wo noch einer fehlt? Weil wenn ja, sind das echt noch viele. Weil wenn... Wenn das wirklich noch sind, die mir noch fehlen. Dann würde ich fast schon sagen, dann würde ich den paar doch hier beenden. Ach, du Scheiße, wie viele fehlen mir denn noch? Oh man, ey. Es sind noch drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, wie viel haben wir heute geschafft? Auch viele, ne? Also dann würde ich sagen, dann mach mal im nächsten Mal die Mission, die ich heute machen wollte. Aber gut, äh... Ne? Ich hab... Da ist schon befürchtet. Da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall. Und jetzt sage ich bis dahin. Tschüss.